Und los geht's Und los geht's Oh, that is Daya Oye, Cuadro, quítate aquí Tengo mangostinos fresquitos Tengo mangostinos fresquitos Pase, señor Pase, pase ¿Cuándo le diste eso? ¿Cuándo le diste eso? Ah, wer's das? Ah, das war knapp Ah, das war knapp Ya, da es ist Ah, das war knapp Ah, das war knapp Ah, das war knapp Ah, das war knapp Ach, Mist. Leer? Moment mal, wo ist es? 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 Oh, danke. Moment mal, wo ist es? 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 Hyphrele, hier drüben, geh zurück! Moment mal, wo ist es? Hier drüben, geh zurück! Oh Mist, komm schon. Sully, hilf mir mal! Hier wimmelt es von Agenten. Sully und Chloe könnten Probleme haben. Könnten sie bloß sein. Durch? Ja, okay. Hups! Ist klar, runter. Komm, folgt mir. Komm schon. Wir müssen sie einholen. Unglaublich. Ist das... Ist das ein Globus? Das... Ich lasse sie. Okay, wir suchen nach einem Ritterkram. Wie dem in Frankreich. Also wenn ich richtig liege, ist er mit der anderen Hälfte des Amplates. Okay, da. Seht ihr den Turm da vorn? Dort beginnt die Altstadt. Da müssen wir hinkommen. Okay, hier durch. Den Markt. Ucran. Danke. Zum Glück haben wir dich. Ja, ganz sicher. Okay, hier hoch. Das ist eine Abkürzung. Schon okay. Hat aber nichts kaputt. Schnell! Hier runter. Okay, los. Hier durch. Hier durch. Musik. Das war's. Untertitelung. BR 2018 Komisch. Und was für Symbole? Sowas hab ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Sieht wie ein Mechanismus aus. Aber jemand hat die Zahnräder überall verteilt. War das Sir Francis? Wer weiß. Hoffentlich kriegen wir das hin. Sonst kommen wir hier nicht raus. Okay. Was sollen die Körperteile? Ich find das echt unheimlich. Ich seh's mir an. Okay. Wir müssen von hier verschwinden. Bevor noch mehr auftauchen. Bevor noch mehr auftauchen. Na los. Hier hoch. Hier lang. Oh Gott, I'm trying for a stay in. Das war's für heute. ARD Text im Auftrag des WDR Oh, mein Gott. Das war's für heute. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020